Millionen kriegen, dann holen wir uns noch eine bessere versteckte Kamera, also eine bessere Kamera, eine größere. Kannst du das gleich mal demonstrieren? Hier gibt es eine, die ist das stationär in Auswahl. Dann nehmen wir einfach 3D, weil die macht echt gute Aufnahmen. Zeig mal bitte, wie machen wir das? Lass mich da jetzt mal ausreden. So in der Hecke. Genau, da können wir uns dann so in der Hecke verstecken, grob und stell dir, bevor du prankst gerade. Wir haben dann so, hier, Achtung, versteckte Kamera, so einfach so, da kann man dann auch gute 3D-Fortnahmen machen. Fährt einfach irgendwie, man muss es halt irgendwie, keine Ahnung, Ass davor machen, dass man es nicht so sieht. Fährt dann hier so rum. Los. Wo bin ich denn gerade? Lass uns Selfie machen. Ein bisschen, damit man mehr den Dings sieht. Und jetzt nochmal drehen, dass man alles sieht. Und jetzt film nochmal auf die Knöpfe, was da wirklich drin steht. Jetzt sind es für einen Intern. Oh.